hallo und herzlich willkommen bei WetterCampbell ich bin heute auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das spiel The Man's The Defenders ich werde es mal starten schauen wie das spiel ist ich glaube ich kenne das spiel noch nicht zumindest sagt mir das spiel nichts der Regenbrücke erreichen sie die Erde direkt ok da ist ein paar ich mach mal Vollbild an das ist so ein Defense-Tower-Spiel ist ja cool wow ich mag Defense-Tower-Spiele mh 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 m Pfff, pfff, pfff. Pfff, 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 pfff. Pfff, pfff, pfff. Pfff, pfff, pfff. Pfff, pfff. Pfff, pfff. Pfff, pfff. 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 Okay. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. 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 ich mache erst mal alle auf level 10 ok mehr helden habe ich nicht gerade hatte ich hier eine verstärkung gehabt wo ist die hin da bin ich gerade ok wenn ich hier rausgehe bin ich wieder am Startbildschirm ich werde schon mal diese diamanten holen die wir keine machen ok 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 gut dann werden wir jetzt zurück in der Kampagne ich kann ja noch gar nichts machen gut 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 Ich war doch noch gar nicht so weit. Die Nummer 3. Ab 2-5 bekomme ich den fünftel Spieler. Ah, ich bin auch schon drauf. Okay, let's go. Jetzt mal den aufwerten, damit er schon früh anfangen kann zu schießen. Okay. 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 Oh my god. Doodle. und wie das gleiche ich glaube ich muss ja 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 jetzt brauche ich einen neuen charakter meinem fünften wo ist er wo bist du was ist das hier oben oh erhalten erhalten mit ok dann nur noch kein fünften und Okay. Nur 6 Sterne, dann kriegen wir den nächsten Helden. Gab es hier keinen Bonus eigentlich? Sicher gab es ja. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Ich habe immer noch keinen fünften Charakter. Die Runde wird langsam langweilig. Naja, okay, das hier ist mal anders, aber... ... 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 Und ich hole mir mein fünftel Helden ab, TOR. Ok, der heißt Saul, für mich ist es TOR, so. Oh, der ist bislang mein stärkster jetzt. Ok. 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 ho kostenlos beschwerungen kostenlos das ist also nur ein Puzzleteil wahrscheinlich ich habe 0, 0 und 7 da brauche ich noch drei stück von aufgaben ich auch schon zu aber halb nur einen Stern. Der muss besser werden. Also die brauche ich eigentlich nicht. Ne, 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 ne. Die Polizisten. Oh, da ist ein Laden. Da ist eine E-Mail. Bestätigen. 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 Alle hat er direkt gemacht. Schön. Erhalten. Einloggen. Erster Tag. Oh. Hmm. Hmm. Schmiedehalle, was ist das in der Schmiedehalle? Okay. Ja und das hier, ah, ich kann in mehr Sterne gehen, nur die Polizistin ist nicht dabei. Na gut, dann E-Mail, okay. Ist das mein Profilbild? Über Whatsapp. Okidoki. Dann werden wir mal in der Kampagne gehen. Und da ist jetzt immer dieses Feld wahrscheinlich. Ah ne, der andere ist... Ah, not in. Oh, okay. Ich hätte den da oben stehen, sei wahrscheinlich. Oh, okay. Ich bin reich. Kopfgeld. Oh, okay, E-Mail. Gangliste. Ich bin Player 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7. Wow. E-Mail. 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 Schaummal bei Ausrüstung. Tragen, tragen, tragen. Die Frauen gehen mal wieder leer aus. Tada! Ich bin noch Level 20. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Noch gerade mal gekriegt. Da oben kann man nichts raus. Da kommt bestimmt auch gleich was. Da ist es. Ist mir die hier in der Mitte? Ich hätte den wahrscheinlich in der Mitte setzen sollen und die nach oben. Na ja. Weil die so einen weiten Radius hat. Hm. Da ist schon noch das Kapitel zu Ende. Außer wenn ich einmal tot gehe. Oh weia. Battle. Oh. 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 So. Jetzt rauen wir von hinten auf. Das heißt aufräumen. Wir werten von hinten auf. Hm. Danach kommt noch ne Welle. Letzte Welle. Oh. Oh. Und das war's. Was ich ein bisschen doof an dem Spiel finde. Also das Spiel macht Spaß. Klar. Ähm. Aber. Ich sag mal ne Kritik jetzt. Was man vielleicht besser machen könnte wäre. Man sieht hier wie viele Wellen es kommen. Aber was bringt mir das wenn ich weiß wie viele Wellen es kommen. Aber ich weiß wie viele Gegner in der Welle mit bei sind. Weil jedes Mal ist ja die Welle anders. Mal kommt nur einer. Mal kommen ganz viele. Naja. Naja. So. Schon wieder die letzte Welle, der Tor mit dem großen Radius zum Schlagen, die auch, die waren für mich die mit dem großen Radius. Okay, hier Tor, ah, da fehlt noch was, das war's, das war's, jawoll, 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 jawoll. Noch zwei Runden, dann haben wir die Runden, dann haben wir das Kapitel 3 auch abgeschlossen. Power-Defenspiel. Ach, die ist falsch, ich wollte doch da Shinobi-Dinge hinpacken. Oh nein, der erste ist durch, und der zweite durch. Das ist wurscht. Und, 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 da ist er. Komm, wir sollen die Fäckschen. Na gut. Oh, das sieht schlimm aus. Oh, nur einer ging durch. Aber ich denke, nächste Runde, ich muss was machen. Sonst werde ich nächste Runde. Es ist nicht überleben. Bestätigen. Schreien der Plum Plum Plum. Mal kurz. Ah, das ist jetzt PvP. Plündern. 1.800 stark. Boah, 6.000. 5.000. 4.000. 6.000, also wenn wir den kleinsten hier erstmal mit 1.800. Gold Münzen zu blöd. Ach so, hier muss was sein. Ah, in 5 Minuten. Okay, okay. Hier gibt's Gold, ne? Ja. Okay. Geminium... Part. Geht bei dir was? Geht auch nix? Ah, der Angriff geht nicht. Keine Ahnung. Dann gehe ich mal raus. Auftrag. Erfüllt. Helden. Allianzen. Wo war das mit den Leuten? Ach, das war Krieg, Schmied, Allianz, Übungsplatz. Verharrer war alles, ne? Genau. 0,3,7. Ich muss mir mal ein paar Leute beschwören. Den hab ich doch schon. Hm, nochmal. Ah, hab ich den nicht auch schon? Hm, nochmal. Die hab ich schon. Ach, Mensch. Da. Das war mal ne gleiche. Aber die hat vier Sterne. Warte mal, warte mal. Und den hab ich hier nochmal. Wenn ich jetzt auf Dingens gehe. Wo war das? Übungsplatz war Haller. Entwicklungs. Plum, plum, plum. Dann hab ich die mit den vier Sternen. Ah, dann brauch ich die anderen mit den vier Sternen. Und wenn ich die mit den drei Sternen nehme. Okay. 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 Wenn ich das so mache. Und. Dass ich die hier aufleveln, leveln werde. Bist off level 30, okay. die sind doppelt der verstehe ich das nicht warum ich bei der nicht in ein entwicklungscenter gehen kann egal ok vier sterben kein geld mehr ich bin pleite das sind meine doppelten über 30 geht es nicht weiter kann dafür ein sternchen gut dann kommt jetzt der letzte kampf in den kapitel 3 war das glaube ich 3 7 schön gut 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 ich habe es geschafft ganz knapp aber ich habe es geschafft 3 Sterne das kann doch nicht wahr sein da kommt die hin jetzt verstehe ich auch hier mit den Dingens mit die Zeichen das sind Fernkämpfer Magierin und Nahkämpfer ich habe es geschafft ich habe es geschafft Wow, das sind 3 Sterne. Jawoll. Das Apoll. Hier oben wieder rauf. Ah, da fehlen wir noch 5 Sterne. Den weiter aufleveln. Auf 19? Jo. Ist ok. Kann ich mit Leben. Ok. Und dann den noch mal probieren. Wegen die anderen 2 Sternchen. Warte. Hier kommt zuerst Schanubi hin. Ok, da ist er. Hier kommt die andere Schütze hin. Ok. 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 schon mal durch. Das gibt es da nicht. Noch ein Leben. Das muss ich nix mehr benutzen. Okay, noch ein Versuch. Ein Versuch noch. Aber jetzt kriegen wir Runde 3-7 mit 3 Sternen. So, als erstes alle hinstellen. Das sollte man ja schaffen. Haben wir gesehen. So, der Erste. Und hier kommt die Schraftschützen hin. Zack, die Zweite. Und hier kommt die Magier hin. Magierin hin? Ne, nur mal den hier. Zack. Da machen wir wieder die Magierin hin. Und hier. Den kleinen Jungen. Okay, dann werden wir den jetzt mal aufleeren. Jawohl. Bäm. Immer die Superwaffe nicht vergessen. Oh, die Fähigkeit von den Charakteren. So. Da ist der nächste. Vision. So ne Art Vision ist der. Gut. Gut. Haben wir alles geschafft. Gehen wir hier auf die Helden. Wo ist der neu? Da ist der. Aufleveln. Weiter geht's erstmal nicht bei denen. Probieren wir den noch ein bisschen. Okay. Ähm. Da hab ich alles abgeholt. Auf die Karte müssen wir gehen. Das wäre jetzt Land Nummer 4. Erhalten. Bestätigen. Okay. Hm. Der ist grün. Das heißt, den darf ich blühen dann bestimmt. Dann nehme ich mal die hier weg. Und setz mir die mit ins Boot rein. Nehmen wir die. Setz mir die mit rein. Die habe ich schon drinnen. Ah. Und hier steht auch Mond. Das Rot und das Blaue. Naja. Die Städte steht unter magischem Schutz. Wollen wir es an Angerzeit. Ich glaub alle Städte stehen unter magischem Schutz. Ich denke mal das ist das Schild. Ah. Hier nicht. Die hat einen magischen Schutz. Oh. Ah. Jawohl. Wir haben jetzt einen PvP-Kampf. Also ich bin links. Und mein Gegner ist rechts. Der rechte hat 8 Kämpfer. Ich habe nur 7 Kämpfer. Er ist Level 26. Ich bin Level 21. Aber ich war irgendwie stärker von der Kraft her. War eher 2700. Ich habe 3700. Hm. Sollte das Batman sein. Mit Cowboyhut. Oh. Ein Kämpfer hat eine plattgemacht von mir. Wir haben einen Schutz. Muss ich hier hingehen. soll ich sagen. Um zu sagen. Glühendern. Egal. Ab 8-7 kann man weiter drücken und ab 4-2 kann man doppelt die Geschwindigkeit drücken. Das Spiel ist ausgang, na gut, dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao, ciao.